Sie hatte selbst ein Album gebastelt, wo sie alle Filmstars reinklebte. Aber zwei ganz bestimmte Filmbildchen, die fehlten ihr. Und die wollte sie um jeden Preis haben. Errol Flynn und James Dean. Wie wär's, wenn wir zusammenarbeiten? Die begehrten Sammelbilder von James Dean und Errol Flynn bringen manche Jungs auf erfindungsreiche Gedanken. Alles ist perfekt und ausgefeilt bis ins letzte Detail. Dieser Raub wird kein normaler sein. Sehen Sie das spannende Abenteuer in unserem Spielfilm-Highlight, die Jönsson-Bande und der Cornflakes-Raub. Donnerstag, 21.45 Uhr und nur auf Annixe.